Anwalt. Warum ist der Englisch? Weißt du's? Nein. Ich gucke. Irgendwas mit Justice, irgendwas mit Council. Anwalt. Irgendwo was ich gerade gar nicht weiß. Attorney, noch nie gehört. Lawyer, Lawyer, ja, Rechtsanwalt. Lawyer, das hätte ich eigentlich drauf kommen können. Nächstes. Oh ja, jetzt können wir. Keine Ahnung. Freedom Fighter. Oder Freedom Activist. Richter. Richter. Ähm, Judge. Es tut mir leid, ich schaue im Moment ne, äh, Polizeiserie deswegen. Judge. Ja. Ähm. Schwerverbrecher. Ähm. 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 Schwerverbrecher. Ähm. Schwerverbrecher. Guck mal, kurz. Ja, ja. Serious Criminal, genau. So. Das kann man nicht wortwörtlich übersetzen. Das gibt nicht für alles so. Komm mal kurz. Ach komm mal kurz, ja. Du willst mal nicht wegrennen. Soll ich noch eins höher machen oder passt das so? Nein, das passt. Das ist viel zu groß für so ein paar Axolotl. Ne. Viel zu groß doch. Da musst du aber doch mehr Tiere reintun als Axolotl. Grillen und so. Spaß. Schildkröten können doch, äh, da Tiere schmeinen. Schildkröten brauchen Sand. Hier, kannst du mit reintun. Ja. Wenn ich welche finde. Okay, weiter. Wenn ich welche finde? Wenn ich welche herbekomme, ja. Ach so. Ja. Ähm. Weiter. Ähm. Scheidung. Mhm. Puh, das weiß ich. Eigentlich. Was hab ich nochmal gesagt? Scheidung. Ah. Ich fang jetzt den Bau vom Turm an, glaub ich. Okay. Mit was soll ich das bauen? Ich würd's, äh, mit Steinziegeln bauen. Oder Ziegelstein. Oder ist das dann zu... Nee. Nee, ne? Das passt bei uns nicht rein, find ich. Schlafen? Ich bin grad unten, ganz hinten unten, gleich. Ähm, ja. Ja. Dann mach ich's, ne Mischung aus Steinziegel und, äh, normalen... Cleanstown vielleicht? Ja. Oder Glatterstein? Nee. Ach, nee. Okay. Kriegt's im Bett. Mhm. Boah, Scheidung, ähm... Separation? Nee, keine Ahnung, Alter. Ich google. Mhm. Mhm. Divorce. Ja, Separation! Tatsächlich! Separation wird tatsächlich dafür auch genutzt. Ha! Okay. Umzug. Hm... Gute Worte. Ja. Umzug. Life-Position... Life-Position-Changing, nein. Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Äh, um-living. Echt? Nein! Gibt's, äh, Steinziegelmauern? Äh, musst du testen. Ich glaube nicht. Doch! Oh mein Gott! Das ist cool. Okay, jetzt sagst du mir... Weitere Worte. Äh... Vermietung. Vermietung. Mhm. Oder Vermieten. Mhm. Scheiße. Ich hab die Sparte gefunden, was du nicht weißt. Ach, Digga, du... Die ganze Immobilienkacke, was... Oder... So komische Scheiße, Alter. Ja. Warum machst du das? Weil's mir einfällt. Du hast gesagt Worte. Kriegst deine Worte. Also hoff dich zu beschweren. Ähm... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich will's nicht on-goon. Mhm. Okay. Ähm... Berufsberatung. Was heißt Beratung? Ich weiß nicht, was Beratung heißt. Suggest... Suggest... Suggestion? Nee. Das ist Vorschlag, glaub ich. Working Suggestion. Aber ich glaub... Ich glaub... Ich glaub, das heißt eher... Ja, vielleicht das. Am nächsten. Ja. Ja. Überlege. Äh... Worte. Es muss nicht, dass es uns spartes sein. Sollen wir den Turm... Von der Form, dass er... Enger wird... Also... Dünner wird oder... Erst dünner wird, dann dicker wird, dann... Wie machen wir's von der Form? Ich kenne, dass er... Äh... Normal nach oben verläuft und dann oben halt eine Aussichtsplattform, die er weit hat. Ja, ja, ja. Gorn. Okay. Preisverleihung. Ja, was heißt das? Price Ceremony. Ähm... Gute Probe. Hm. Boah. Keine Aspekte. Ich glaube nicht ob's meine đượcmen. Okay... Ähm, freiwillige, freiwillige Helfer? Mh... Okay, keine Ahnung, wir lassen's. Oh Mann. Ha, Ziel erreicht. Ja, ich muss mich aber hier gerade auch konzentrieren, deswegen. Ist okay, ich will mich auch, deswegen kann ich dir die ganze Zeit Worte geben. Ja. Mal gucken, was das wird hier. Da muss man irgendwie so eine Wendeltreppe schaffen. Ah, das ist eine gerade Zahl. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, schon besser. Na, wobei, der Türblock zählt ja eigentlich noch. Man kommt hier, hier so ein Tower hoch und da muss man dann irgendwie so eine Wendeltreppe machen. Also, von innen, dass man von innen reinkommt. Das ist hier der Notausgang. Du redest nicht mit mir, oder? Nee. Okay. Aber ich hab auch nicht zugehört. Hier. Ah, Steinziegel, das sieht schon ganz cool aus eigentlich. Da braucht man fast sogar noch mehr. Ah! Ich muss euch mal aus daseln Charны an. Guck mal. Das stimmt, doch, du wie Endlich wieder bauen, ne? Das ist ja auch... Ein Turm ist ja an sich ja auch jetzt nicht so geräumig, sag ich mal, deswegen... Mach das Sinn, dass der innen nicht so breit ist. Den Boden würde ich aber gerne aus Holz machen, einfach. Okay. Die Treppenstufen... Oh, hier würde Kupfer passen, irgendwie. Die Treppenstufen... Und da vollständigkeithalber drunter auch Stein. Das wird cool, ich hab Bock auf den Turm. Ein Notausgang macht eher Sinn, wenn er von innen aufgeht. Ja, doch, klar. Sehr ausgang. Gehirn. Wie sagst du mal, denken wir nie deine Stärke? Meine oder dein? Wie sagst du mal, das bei mir? Wenn ich was sage, sagst du mal, denken wir noch nicht an deine Stärke. Das hast du vielleicht Specht. Nicht, natürlich. Das wird cool. Dann kann man drumherum wieder Moos oder Laub machen. Ja. 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 Okay, ne, das ist Köckel. Es wird dunkel. Boah, das ist so nice. Ich glaube, ich mache das komplett mit Mauern, weil die nicht so groß sind vom Block her. Also, da hat man aber hier so eine... Ich weiß nicht. Hallo? Ja? Konzentriert? Ja. Kannst ja gleich mal gucken, komm. Ja, du auch. Hat das Potenzial, ich weiß es nicht, Alter. Das ist hier ein bisschen komisch, halt. Das ist besser, glaube ich. Ja, viel besser, ja. Ja. Ich glaube, das hier eng zu sehr ein. Wobei das hier ein zu harter Cut ist, irgendwie. Euer. Okay. Schau ich mir mal von oben an. Ja, doch. Doch. Keine Ahnung, wie man das mit der Treppe machen soll halt. Aber ja, doch, es geht. Oder nicht. Ja, irgendwie so. Genau. Jawohl. Lass du dir das gleich mit den Bellen an? Mhm. Ich lege gleich im Bett, legst du dich auch hin? Äh, ja, gleich, äh, ja. Äh, was schaut, er schaut sich was an dem Hennen? Äh, mein gebautes. Schau ich anschauen? Ja. Aber warte, ich muss noch was holen, sonst ist noch nicht ganz fertig. Ja, ja, ich hab, ich kann hier grad nicht. Wir müssen ganz viel Cobblestone brennen. Wenn du unten bist, dann tue man bitte Cobblestone brennen. Mhm. Da kommt man hier halt nicht durch, ja. Ja, gut, das ist ein bisschen blöd. Am Endeffekt soll man da aber auch nicht hin. Man könnte das hier wegmachen, dann würde es gehen. Ja, das ist, äh, äh... Da kommt man aber durch. Ist nicht ganz mittig wegen der Tür. Nee, nee. Das stimmt hier nicht. 6 Carbblestone-Stacks brennen. Danke. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt passt's. So, eigentlich passt's. Mhm. Okay, ich lasse Erxelotel jetzt frei, ne? Äh, da will ich dabei sein. Ich komm gleich. Das gefällt mir hier. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ey, ich hab, ich hab voll nice. Ich hab, ähm... Wusste gar nicht, dass ich das hinbekomme. Ich schaff hier gerade eine Wendeltreppe, auch wenn das fast unmöglich ist in meinen Kraft. Okay, ich komm. Das ist halt sehr eng da drin, aber ich mein, das soll's ja auch sein, ist ja realistisch. Das ist cool, Mann. Geil. Okay. Sehr geil. Sieht halt von außen bei mir halt nicht so meis aus, ne, mit diesem weißen Glas. Oh, ja. Ah, ja. Aha. Ja. Von innen aber ziemlich nice. Cool. Screenshot. Oh, das hängt mal ein. Das ist nice, ja. Ja, die gehen kaputt. Ja, ja. Achso, ist jetzt eins weggang? Nein, nein, die, die, du kannst nur draufstehen und guck, dann sinken die so ein. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich hab mir schon gezeigt. Komm. Ich komm mal. Das sieht schön aus, ja. Das ist noch nicht ganz. Ich würd noch, ja, ja, ich würd noch Ranken machen. Okay. Ich würd noch ein paar Ranken von oben machen, auf jeden Fall. Probier das, warte mal. Ja, es funktioniert. Und auch. Daran wachsen jetzt noch mal diese Leuchten, genau. Genau, das war's. Und auch Seerosenblätter noch. Würde ich machen. Wir haben grad keine, glaub ich. Ja. Okay. Willst du bei mir auch kurz gucken? Ich mein, ich wollte doch die Achse Lothar mit dir freilassen. Scheiße. Ja. Ich komm. Wir brauchen dann, glaub ich, noch ne Tür, damit die nicht rauskrabbeln. Ja, ja, ja. Ich hab noch eine gerade. Aber ich brauch... Zwei. Ich hab zwei. Das ist aber ein Dreiergang-Karren. Ja. Aber. Wie das ein hässlicher... Ja, oder wir lassen uns offen. Ja, aber wenn die rauskommen können, ist ja Quatsch. Zauntore. Bzw. Mauer, Mauer, in der Mitte Zauntor. Ja, okay. Dann hol... Gio. Ja. Ich hab kein Zauntor. Ja. Ich auch nicht. Oder sollen wir hier auch wieder Diorit bauen? Ja, bitte. Ja, hab ich jetzt grad nicht. Ja, egal. Wir sperren die kurz mit Mauer dann ein. Aber jetzt, tu die mal, komm mit. Okay. Ist grad düster bei mir. Oh, das ist Baby. Aha. Und du musst definitiv noch Pilzlichter setzen. Cool. Ne, Kara? Ja. Vereinzelte Pilzlichter, sonst boitert hier den Creepern und haut alles weg. Nee, die Dinger hier... Die Dinger leuchten, wenn sie wachsen. Ja, trotzdem. Pilzlicht passt ja hier rein. Ins Moos versteckt teilweise. Kann ich auch platzieren. Ja, mach du das. Okay, komm raus. Oh, das ist so wunderschön. Ich bin so glücklich, dass ich das machen darf. Ja, das ist gut, ja. Danke, dass ich das machen durfte. Digga, du darfst alles machen. Ja, aber du beschwerst dich immer, wenn ich Tiere suchen gehe. Nee, ja, nee. Bei Pferden schon, die haben wir nämlich im Überfluss. Hm. Du weißt grad nicht, wie glücklich ich mich das machen. Nee, nee. Also es geht jetzt vor allem um die Treppe, um die Art der Treppe. Weil die ist tatsächlich jetzt richtig wie eine Wendeltreppe dann. Ja. Der Tom ist halt echt eng, ne? Ja, ja, klar. Ja, aber es ist okay, ja. Es geht schon. Ja, man kann ja einen Redstone, ähm, Aufzug irgendwann machen oder so. Kannst du auch so machen. Wie, den kann ich auch so machen? Äh, Wasser, Soul Sand und... Ja, aber es soll ja auch irgendwie nice aussehen. Sieht nice aus. Kannst du von außen verkleiden, wie du willst. Mhm. Aber Soul Sand und, äh, eine bestimmte Wasserpflanze. Und dann kannst du auch... Ich mein, ich kann den Turm schon noch um eins hintersetzen. Dass er eins breit ist, dann grenzt er aber halt an der Mauer. Nee, nee, das sieht wahrscheinlich aus. Nee, nee, lass das so. Ich find das gut. Okay. Ich würde tatsächlich, äh, hinter den Axoloteln am, Axoloteln am Wasser, dort auf der einen Erhöhung, würde ich auch einen Turm bauen. Ähm, ja. Aber halt ein... Ja, klar, verschiedene. Aber hier wird halt der Hauptturm, der große. Mhm. Ich muss mal sagen, wann ich... Äh, siehst du mich? Äh, siehst du wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wie hoch ich machen soll. Ich kann jetzt hier fast über das ganze Dorf sehen. Ich muss Stopp sagen. Ich seh dich. Drei. Noch höher? Bisschen noch. Und dann kommt ja erst noch die Plattform Stopp. Okay. Und dann machst du drei niedriger. Oder zwei. Geh mal runter eins. Ähm, noch eins. So. Nach unten meine ich. Ach so. So. Noch eins nach unten. Ja. Okay. Tschüss. Oh. So. Was wollte ich jetzt machen? Oh, ich hoffe, man stößt sich nicht den Kopf an. Das muss ich schon mal testen. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du den... Genau. Ja, würde ich machen. Warte kurz. Ob du das Dach vom Stall machen kannst. Jetzt. Kann ich machen, aber nicht jetzt. Ja, soll ich mich dann ans Bauprojekt Bienen setzen? Bienen, ja. Okay. Ich hab den Wecker. Willst du noch, oder? Ein bisschen. Auf jeden Fall. Aua. Dann, ähm, save ich, glaube ich, gleich mal die Aufnahme. Okay. Kurzer Cuts. Äh, bis gleich. Vielen Dank.